gut okay und genau ein deal hatte er ja noch den ich machen kann den ihr pump was fehlt da noch ach Honig wobei viermal mache ich ja zum glück noch und dann fehlen nur noch acht oh man irgendwann bricht die Lehne vom Stuhl ab und ich breche mir die Wirbelsäule knarrt Pampf Haze der nächste Kuchen ist am Backen dran und Haze wächst da ne genau aber wofür ah wofür ist das ist das hierfür wohl kaum ist er gerade erst gekommen also wofür habe ich Haze angepflanzt nein nein ach bestimmt nein 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 hä was wofür habe ich die denn jetzt angepflanzt ach warte bestimmt für den Mopfen 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 ja dafür mache ich ja auch den Honig aber das ist ja nicht so wild weil es ist ja nicht Aufgabe ich habe den Honig zu machen und den Honig zu machen und an einer bestimmten Stelle zu lagern oder so sondern nur machen okay der erste Deal ist fertig zack geil ey ich bin echt zu gut im Bänke reparieren ich bin so gut darin viel zu gut viel zu gut lalala 13 Minuten okay ja gut da bin ich noch nicht weil ist ja noch nie gewachsen sechs in sechs Minuten gibt das die Milch ähm was war das jetzt ah 13 Minuten alles klar alles klar ich bin nicht ich habe es alles klar und dann kann ich mich auch erst um die Schokolade kümmern aber mhm afghani afghani kann doch geil das ist auch schon alles fertig für die Schokolade ja fett mhm also nein 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 ah ok richtig günstig aber geht gerade nicht ich mach wieder ich will schon wieder zu viele Sachen auf einmal bauen also upgraden das hier wäre gut das hier wäre gut Na gut. Es tut mir so leid, dass hier gerade nicht so viel passiert. Aber es wird sich bald ändern. Bald werde ich mehr zu tun haben. Beziehungsweise mehr machen können, weil ich dann die epischen Blüten auch alle wegkloppe. Ich habe einen Meilenstein erreicht. Ach, Northern Lights ist eine Afghani? Nein, Quatsch. Ne, Indika meine ich. Afghani, Northern Lights und Hindukusch sind Indika. Gut, Hindukusch. Und Afghani ist klar, dass das Indikas sind. Sagt der Name ja schon. Afghani. So die Ecke. Hindukusch. Ist auch bei... Ist auch irgendwo in der Nähe von Afghanistan, glaube ich. Zwischen Afghanistan und noch irgendwas. Die Kush Mountains sind es, glaube ich. Jaja. So, aber Northern Lights. Der hätte ich jetzt nicht drauf getippt, dass das eine Indika ist. Man lernt anscheinend nicht aus. Es wird wahrscheinlich irgendwie eine Kreuzung sein. Aber eigentlich sind alle Pflanzen Kreuzungen. Vergiss das. Vergiss das. Okay. Okay. Gleich ist die Milch fertig. Dann kann ich mich um die Schokolade kümmern. Also um die erste. Und wenn ich das hier abgeschnitten habe, werde ich wohl noch mal eine Haze nachpflanzen. Damit ich dem hier... Damit ich das hier dann auch irgendwie abgeben kann. Ich meine, Haze braucht ja eh ewig. Aber notfalls benutze ich Dünger. Dafür und dafür ist er jetzt schließlich da. Der Dünger. Ich habe das jetzt so gesagt, damit es sich irgendwie reimt. Aber es hört sich dumm an. Warum gehen eigentlich Omis Bänke nicht kaputt? Reparierst du die immer schön selber? Liegt sie wie so ein Automechaniker auf der Wiese und schraubt von unten so... Schrauben, lose und fest. Achso, ja genau. Ich mache doch... Ah, hör auf. Milch... 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 Hindukusch... Norban Leitz... ...Hindukusch... ...Hindukusch... ...Hindukusch...